Es war ein ganz normaler Tag, an dem wir unser 100kmh Speedboot ausfahren wollten, nachdem wir es wieder repariert haben. Erstmal haben wir ein paar schöne Rennen gemacht, um herauszufinden, welches Boot am schnellsten beschleunigt. Tauchen kann das Speedboot übrigens auch und sogar springen, aber Bremsen funktioniert nicht so gut. So sind wir dann in den Abgrund gestürzt. Es war echt schwer, da runter zu kommen, aber seht einfach selbst. Schön, dass es euch gibt. Super! Brennnessel! Aua! Aua! Nein! Ich bin in Brennnessel drin! So, jetzt marschiere ich hier in den Fluss oder was? Fast bei Wasser! Soll ich dir Koordinaten schicken oder was? Junge, meine Beine werden voll mit Brennnessel sein. Da war eine richtig aggressive Bremse!